So, nochmal ein kleines Update aus dem Zug. Wir haben vorhin noch beim Flughafen angerufen, weil da steht in der Hausordnung, man soll vorher Bescheid sagen, wenn man sich versammeln will. Die haben mich dann weitergeleitet und dann wurde ich nochmal weitergeleitet. Und dann war ich bei einem Polizisten, der schon direkt meinen Namen wusste. Also es hat sich schon mal rumgesprochen. Ich habe gestern Nacht, als wir uns das überlegt hatten, noch eine kurze Pressemitteilung an die, oder Presseeinladung, Einladung an die lokale Presse aus Regensburg geschrieben. Das hat sich wohl direkt rumgesprochen zur Polizei. Naja, wie auch immer. Der Polizist war nicht so gut drauf. Der meinte, wir wären zu spät für die Anmeldung oder Anzeige oder so. Aber im Versammlungsrecht im Bayerischen steht nichts von einer Anmeldepflicht bei Versammlungen in geschlossenen Räumen. Und darauf ist er aber irgendwie nicht eingegangen. Aber er meinte, wir treffen uns dann irgendwie vor Ort und dann gibt er uns wohl einen Ort, wo wir gut gesehen werden. Mal sehen, wie es weitergeht. Aber bisher sind scheinbar irgendwie alle in großer Aufruhr, weil wir uns versammeln wollen. Und dann, wie es weitergeht. Ja! Und dann, wie es weitergeht.